Lilly und Peppa Es gibt viel zu entdecken für groß und für klein und ob es dir gefällt. Hier warten Abenteuer und werden Fragen gestellt. Schaut gut zu, hier werden Fragen gestellt. Lilly und Peppa sind am Strand. Oh, da ist das Meer. Lillys und Peppas Schuhe sind für den Strand nicht so gut geeignet. Ein Bikini für Lilly Und eine Badehose für Peppa Barfußlaufen am Strand macht Spaß Sandalen für den Strand Ja, Hüte Eine Sonnenbrille für Peppa Eine Taucherbrille und ein Schnorchel Eine Jacke Die ist für den Strand nicht geeignet Gut, jetzt sind wir fertig Das macht Spaß Lilly springt ins Wasser Eine Sandburg Mit Muscheln geschmückt Fahren auf dem Meer Ahoi Was ist das? Das ist eine Krabbe Oh, wo ist die Krabbe? Da ist sie Die Krabbe ist in ihrer Höhle verschwunden Tschüss, Krabbe Oh, da ist der Fisch Tschüss, Fisch Lillys Schwimmring Sonnen auf dem Surfbrett Sonnen auf dem Surfbrett Es ist so schön Schön am Meer Baby TV Pol Barfuß Lillys Schwimmring Drei 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 Vielen Dank.